Musik Angeltechnisch war es auch gut, also die Artenvielfalt war schon mal enorm. Als Highlight natürlich die GTs und davon einen richtig ordentlichen Klopper von über 50 Kilo, die wir alle mal drillen durften. Also super Teamarbeit gewesen gestern und unvergessliches Erlebnis, was gestern bei uns auf dem Boot abgegangen ist. Musik Fuck! Wir kommen nicht mehr! Komm! Wir kommen nicht mehr! Wir kommen nicht mehr! Vor 10 Sekunden sagt allein noch Big GT. Hopp, hopp! Da haben wir ein Mantarochen drauf gehabt, also ziemlich geiles Erlebnis, Drill des Lebens auf jeden Fall. Wir kommen nicht mehr! 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 Untertitelung des ZDF, 2020